Willkommen bei Durch Raum und Zeit. Ich heiße Johannes und betreibe diesen Kanal zurzeit alleine. Ihr fragt euch sicherlich, welchen Content euch auf diesem Kanal erwarten wird. Hauptsächlich geht es um Astronomie bzw. Astrophysik. Darüber werde ich eine Menge sprechen. Außerdem werde ich euch Programme vorstellen und euch alles mögliche zeigen, worüber ich gerade Lust habe. Es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und dich überraschen lässt, was auf diesem Kanal denn alles passiert. Kritik ist sehr gerne in den Kommentaren erwünscht. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.